Kommen Sie vertrauensvoll zu Dr. Dracula. Er behandelt Ihre Gänsehaut. Nein! Dr. Dracula hat eine große Praxis. Gehen Sie, sonst sind Sie möglicherweise der Nächste. Wünschen Sie eine Horrorspritze? Dr. Dracula bedient Sie prompt. Frauen schätzen besonders seine zarten Hände. Tut mir leid. Es war unmöglich, Sie zurückzuhalten. Ich habe Angst. Angst vor dem, was noch passiert. Beißen Sie den Mund! Niemand darf die Stadt verlassen. Haben Sie gehört? Ich nehme an, Sie wissen, wer ihn erschossen hat. Nehmen Sie sich etwas zusammen, Doktor. Doktor Draculas Kunst, mit Menschen umzugehen, ist einmalig. So folgt einer dem anderen. Bleiben Sie unter Verfolgungswahn. Dann schnell zu Dr. Dracula. Er sorgt für Entspannung. Durch Spannung. Mit den Nerven am Boden, ein klarer Fall für Dr. Dracula. Dr. Dracula empfängt auch Sie. Kommen Sie in seiner Sprechstunde. Dort erwarten Sie die toten Augen des Dr. Dracula. Untertitelung des Dr. Dracula.